Was ist das? Steffi! Michi! Steffi, ich habe ihr das Wann-Auschwitz gefunden! Wow! Unglaublich! Los Michi, tu was! Es geht nicht, der Schwerd ist nicht reaktiviert! Was machen wir denn jetzt? Es gibt nur noch eine Möglichkeit! Oh, Hotzinger, Patron der Bäume! Wir brauchen deine Hilfe! Ja, Servus! Kann ich irgendwie helfen? Wie können wir das Wann-Auschwitz reaktivieren? Ja, mei! Das ist ja ganz einfach! Ihr begibt euch einfach zum Nebel-Vulkan und sucht dort den Mana-Baum auf! Aber ich werde euch auf jeden Fall begleiten! Das wird ja ein Riesen-Gaudi! Glaubt's mir! Dann haben wir jetzt eine Mission! Auf geht's zum Nebel-Vulkan! Hatzinger! Hatzinger! Ich glaube, er ist bewusstlos! Komm, wir helfen ihm auf! Oh, er ist viel zu schwer! Wir können nichts mehr für ihn tun, ne? Komm, wir können uns Hilfe holen, ne? Hey, kommst zurück! Ich kann's mir doch nicht einfach nur lügen lassen! Sag' einmal! Michi! Steffi! Ich habe auf euch gewartet! Ihr habt eine lange Reise hinter euch! Oh, Ehrenwetter Mana-Baume! Hilf uns bitte, das Wannaschwitz zu reaktivieren! Bringt das Schwert zu mir! Wir haben nicht viel Zeit, das Böse aufzuhalten! Mana wird immer schwächer! Nur ihr beiden seid in der Lage, Mana zu retten!